Herzlich Willkommen zurück zu Konen Exiles Isle of Sipta. Für die Reise. Was für eine Reise? Für die Reise. So, Bären. Bären, Bären, Bären. Welche Reise waren das? Weißt du das noch? Oh, Bären, 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 Bären. Kommt da raus? Nö, weiß ich nicht mehr. Warte mal. Ist das nicht beim... Achso, hier, Moment. Ach nee, da brauchte ich... Oh, da brauch ich noch zwei Level für. Willst du mich denn? Genau, das wollte ich noch zusätzlich machen. Ich weiß, dass ich überlastet bin. Dankeschön. Was willst du denn von mir? Warte mal. Links alt. Kippen. Ah, nicht ausreichend mit dem Boden. Ja, ja, das ist schon klar. So. Hast du den Tisch angesehen? Boah, da läuft der einfach weg und ignoriert mich hier total. Weißt du? Das ist wie ein Arsch. Ich bin überlastet. Was habe ich denn jetzt wieder mitgeschleppt? Du bist überlastet, weil du mit mir zusammen bist. Das ist doch ganz normal. Ja, das stimmt. Das nennt man nervliche Überlastung. Wo ist der Trockner? Hast du den Trockner gemacht schon? Achso, nee. Ja, den muss ich von der... Ach nee, jetzt kann ich das nicht machen, weil ich den Trockner nicht gemacht habe. Äh, ja, den konnte ich noch nicht machen, weil ich den Mist ja gemacht habe, hier mit dem... Äh, mit dem Fische fangen. Und das hat er ja nicht angenommen. Mit verschiedenen Ködern eine Vielzahl von Fischen zu fangen. Oder soll ich da auch noch eine Biene reintun und dann nimmt er das an? Aber das kann er auch nicht sein. Na, jetzt nimmt er... Willst du mich jetzt veräppeln? Also, nicht euer Ernst. Jetzt kann ich einen Trockner bauen. Muss ich jetzt sogar. Wie viel kostet der überhaupt? Warte mal. Äh... Äh... Ach, ich brauche wieder 20 geformtes Holz. Das weiß ich nur gerade gar nicht. Holz habe ich hoffentlich noch. Oh ja, doch Holz habe ich noch. Aber den einen nehme ich jetzt mal mit hier. Haben wir denn noch welches fertig drin, zufälligerweise? Wo haben wir was fertig drin? Ja, ich gucke schon. Nee, haben wir nicht mehr. Okay. Mach mal ein bisschen mehr. Ich brauche da auch was von. Wie viel mehr? Weiß ich nicht. Zehn soll da immer drin sein. Oha, endlich. Oha, endlich. So. Dann machen wir das mal. Jetzt wogegen die Schleimsuppe nicht? Wie war das mit dem Samen? Ich habe kein Fleisch, ihr Idioten. Oh, hier ist auch nichts mehr drin, ne? Oh, jetzt muss ich extra wegen dieser blöden Quest nochmal... Warte mal. Ist das im Dunkeln natürlich scheiße? Kannst du nochmal ein bisschen heller bleiben? Ich muss mal eben One-Shot machen hier. Da ist doch neben dir einer. Du läufst dran vorbei. Och, jetzt dreht der sich um. Willst du mich jetzt verarschen? Bleib jetzt mal stehen und du mal hörst. Ich... Ich... Hallo! Hörst! Der dreht sich im Kreis. Wirst du mich jetzt hier veräppeln? Irgendwie sind die Tiere auf deinem Server sehr merkwürdig. Jetzt dreht er sich nicht mehr um, weil ich jetzt langsam neben ihm gehe, oder wirst. Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Ach, eff dich einfach. Was denn soll ich effen? Wir sind bei YouTube. Ich darf ja nicht mehr fluchen. Ja? Wieso habe ich jetzt keine Ausdauer? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, der bleibt stehen. Ich ziehe den Bogen... Ach so, das kostet Ausdauer, wenn ich den Bogen anziehe, oder was? Gameplayerin braucht Fleisch. Sie rastet aus. Geht doch. So, und jetzt lass mich dich häuten. Boah, ey. War das jetzt eine schwierige Geburt hier? Ich sollte mich immer... Gameplayerin verzweifelt. Nein, verzweifelt nicht. Ich habe es dann ja doch noch geschafft. Aber ich habe ihn jetzt geschlagen. Und dafür habe ich jetzt Pfeile verballert, also... Äh... So. Ne, ne, nicht das Holz daraus hin. Was für ein Holz? Ich mache ja gerade, äh... An einem Herd Fischstreifen... Fischstreifen herstellen. Oh Gott. Warte mal. Herd. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Ich brauche 50 Eisenverstärkung dafür. Ja, das ist heftig. Das kostet vor allem nicht richtig übel. Vor allen Dingen, wie machst du die... Äh, wo machst du die überhaupt nochmal? In der Schmiedebank. Hast aber noch nicht mit angefangen, oder? Ne, wollte... Ich habe ein paar... Drei Eisendinge habe ich noch, aber... Das ist halt zu wenig. Ach so, das ist Stahl. Das wollte ich nicht. Äh... Nein! Oh, scheiße! Ich wollte keine 149 machen. Nicht alles machen damit. Oh, das ganze Eisen ist wieder weg dann. Nein! Ich habe die Warteschlange gelöscht. Ich habe mich nur gerade voller Schrott. Ich habe gedacht, das wären 27. Das ist so blöd abgeschnitten hier. Mhm. Außerdem habe ich dir eben 800 nochmal von Eisendings reingetan, ja? Also mecke hier nicht rum. Joach. Joach. Ich würde sagen, ich, äh, warte dann hier mal eine Weile und schneide das Warten mal raus, weil ich brauche noch 44, die hier durchlaufen. Warte mal. Einfacher Pflanzentrog. Also von der Logik her würde ich sagen, äh, ich mache die Samen da rein und mache Kompost rein. Aber es kann natürlich sein, dass die Lotus-Samen gar nicht damit funktionieren. Wie war das nochmal mit dem Brunnen? Der war sehr, sehr, äh... Das hast du hier gemacht. Wie hässlich sieht das denn aus? Das ist eine verbesserte Wand. Aber das sieht cooler aus eigentlich als das Alte. Aber von außen sieht es besser aus. Guck dir mal von außen an. Geh mal hier an die Ecke. Nee, 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 aber auch von... Generell, finde ich, sollten wir das so nach und nach verbessern. Ja, das ist die verbesserte Wand. Das ist Ziegel, die Ziegelwand. Da musst du aber Ziegel für brennen und alles, ne? Ja, müssen wir dann über die Zeit machen. Aber so grundsätzlich, finde ich, sieht das gut aus. Weil dann hast du so ein... Auch stabiler, ne? Ja, das ist ja egal. Aber dann hast du so ein, so ein, äh, Holz... Äh, so ein Holzwand. Nicht egal. Sag doch nicht, das ist egal. Ich nehm mal die Samen hier raus. Also, ein paar, nicht alle. Ähm, ich mach das mal hier mit Samen. Ich mach mal die Lotusblumen raus, weil ich befürchte, dass das mit denen nicht klappt. Hä? Nee, warte mal. Hä? Wenn ich Pflanzensamen hier rein tue... Äh, wenn ich Samen und... Ähm, dieses Mehl hier rein... Äh, nee, äh, Dünger hier rein tue, dann macht der mir Pflanzen... Äh, Faser da raus. Ja, ja, ja. Ich hab's jetzt rausgetan wieder, aber... Ich mach jetzt wieder die Lotusblume da rein. Keine Ahnung. Das ist seltsam irgendwie. Kompost? Effektiver Kompost. Ist das, weil wir da wahrscheinlich mindestens Szenen brauchen, denk ich mal, ne? Ähm. Hast du mir jetzt das verstärkte Leder zumindest schon mal reingetan? Nein! Woher soll ich das holen? Oh, von den Katzen! Du magst die Katzen. Ja, da muss... Ey, was für ein Arschloch! Der hat sich einfach so eine Sonderanfertigung da hingestellt. Was denn? Wo? Oh, was denn? Hä? Oh! Warte, warte, warte. Wo hab ich das hier? Da brauch ich ein gebogenes Holz für. Lass mich mal da hin. Und fünf von den... Gebogenes Holz. Ja, du weißt, was ich meine. Nein. So ein kleiner Wichser. Weißt du, der sagte... Ja, ich brauch noch zehn... Lass mal zehn drin, weil die braucht man ja immer. Ja, ja. Ich weiß, wofür du die gebraucht hast. Boah, ey. Was denn? Wenn du mir hier ins Bett kommst, ehrlich, dann geht's erstmal... Gott sei Dank hab ich da eine Trennritze da drin. Da kommst du nicht rüber. Und du weißt schon, dass das eine einzelne Matratze ist hier? Ja, sicher. Das echte. Braucht ich fünf oder zehn? Ich hatte jetzt zehn gemacht. Was sind meine Pfeile? Das ist doch gar nicht hier. Sag mir doch, dass ich in der Falschen... Ach man, ich bin in der Falschen drin. Was nennt man dann Karma? Geh hier weg. Ich muss hier dran. Ja, Moment. Ich bin sofort fertig. Ich brauche Äste, Eisenbarren. Nein! Ich brauche nur fünf mehr! Weg mich! Ah! Mann, ich kann doch nicht mein ganzes Holz hier verballern. Ich brauche das doch... Ach ja, ich habe eh nur 16 Steine. Meine Reise geht nicht weiter. Meine Reise ist nicht schön. Meine Reise soll mir doch nicht weiter auf den Saar gehen. Jetzt hat der hier meine Seite verschandelt. Stell es auf deine Seite vom Schlafzimmer. Ich habe... Ja, da ist ja kein Platz auf meiner Seite. Ja, ist das mein Problem? Ja, weil du hier so eine scheiß Bank nicht in den Weg stellst. Da musst du dir da Platz machen. Ähm... Ey, guck mal hier. Mein Tonschädel hast du geklaut. Nein, den habe ich mir selber geholt bei den Leuten. Ja, tu mal nicht so. Was ist das denn jetzt so wieder für eine Kiste? Wo ich dich eingeführt habe. Ist das jetzt von dir? Oder warum ist die jetzt hier? Welche? Ja, da sollen die Sachen rein, die für die Alchemiebank ist. Damit das direkt daneben ist. Damit man nicht so weit mehr laufen muss. Warte mal, dann mache ich das Salz mal hier rein. Ja, als ob wir wissen, die Samen und so sind doch eigentlich dann auch für Alchemie. Ähm, willst du eine schwarze Kerze? Ich habe noch eine schwarze Kerze. Ey, jetzt komme ich an meine Samenkiste nicht mehr ran. Nur weil du dein Dreckzeug hier nicht wegtust. Das ist doch nicht normal. Guck mal, wie ich mein Schwert in der Hand habe. Ey, kann ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier... Nee, warte mal, das... Ey, was machst du hier mit dem Ding? Ich stelle das rüber. Du spinnst. Ich habe keine Lust, jetzt da hinten alles zugebaut zu haben. Was machen wir mit dem kleinen Lagerfeuer? Das könntest du eigentlich... Warte, warte, äh... Was? Achso, ich habe die jetzt gar nicht mehr im Inventar. Ich kann dir die da gar nicht hinstellen. Ähm... Nee, das Lagerfeuer, das könntest du doch eigentlich... Äh, irgendwie wegpacken ins Inventar oder so, ne? Weil das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr im Moment. Das geht dich gar nichts an. Du kannst mich mal kreuzweise... Ey, ich muss hier alles alleine einrichten, ja? Du musst gar nichts machen. Ich muss hier alles alleine machen. Ich kriege hier null Hilfe. Ich kriege noch nicht mal ein paar Steine. Ein paar lausige Steine von dir. Ich habe noch 22, die kann ich hier geben. Sind diese blöden... Ah ja, aber ich brauche eigentlich viel mehr, ehrlich gesagt. Oh, diese Kackdinger sind jetzt... Entschuldigung. Sind die jetzt endlich gemacht, ey. Ich werde hier noch wahnsinnig. So, jetzt habe ich das Falsche drin. Jetzt hätte ich was das Falsche gemacht. Äh... So... Und so. Fischstreifen, Mann, das... Wie mache ich das denn? Oh, da brauche ich verschiedene Fische von. Wollt ihr mich jetzt hier... Äh... So, wo sind jetzt eine Fisch hier hin? Hä? Hä? Ach, da. Ja, da fängt der Schalentiere. Die hatten wir auch schon, das stimmt. Ja, aber die gehen da rein, ne? Die kannst du auch da rein kommen. Ja, das ist gut. Äh... Hä? Hallo? Hallo? Wieso macht der jetzt nichts mehr? Ach so, Moment. Ich brauche Brennstoff, kann das sein? Ah, Leute. Macht mich hier doch nicht wahnsinnig. Hier ist nur ganz wenig Kohle. Solltest du nochmal Kohle farben? Ja, natürlich braucht der Brennstoff. Ich bin ja auch so dämlich. Okay. Okay, okay. Ordentliche Mahlzeit essen. Das heißt was? Dass ich jetzt diesen dämlichen Fisch essen soll, oder was? Ach so, ich habe es gar nicht rausgenommen. Sag das doch einer. Lalalala. Lalalala. Zack. Und damit habe ich den Koch abgeschlossen. Yeah. Boah, hat das lange gedauert. Als Belohnung bekommen wir exquisites Fleisch. Ii, das hatte ich angehört, als ob das gerade kaputt gegangen ist. Okay, exquisites Fleisch werde ich mal, äh... Trocknen lassen. So, dann... Zack, zack. Die können wir gerne herstellen. So. Achso, ich brauche ja nur eine neue Reise. Jetzt wird das hier schon wieder dunkel. Willst du mich... Boah, was war das für ein Viech jetzt, ey? Was... Was war... Ich habe so einen Bossgegner hier gehabt. Also dieser Löwe... Äh, dieses... Kann ich das jetzt machen? Oder haben wir wieder was zu machen? Oh, der hat... Der hat anderen Loot gegeben. Na, ich kann das endlich. Ja. Oh, sehr geil. Und was war das jetzt für ein Vieh? Das war so eine Katze hier oben, aber die hatte einen Totenkopf oben drüber und die war unheimlich zäh. Also die ging nicht so einfach. Äh, die hat einen Totenkopf, dann war das ein Boss. Das ist mir schon klar. Ja, ja. Und der hat mir auch mehr Loot gegeben. Irgendein Reparaturkit habe ich jetzt gekriegt. Warte mal, wo bist du denn jetzt gewesen? Hä? Ja, da, wo du vorhin mit mir schon warst. Ja, wo die Menschen sind, oder wo ist das? Nein, 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 nein. Oder den Hügel da hoch. Der Hügel hoch. Ach so. So, eine Biene platzieren. Ich habe hier auch extra Bienen reingemacht. Kommt mal alle her, ihr Arbeiterbienchen. Gehen die eigentlich kaputt, wenn die was produzieren? Nee, oder? Äh, die verschwinden auf einmal. Echt jetzt? Ja, du kannst die ja auch in die Fischhäuse reintun, ne? Da kannst du sie auch als Köder benutzen. Ich kann die aber nicht splitten. Das ist ja doof. Ach so, die Bienen gehen kaputt und du machst Honig daraus. Das ist doch kacke so. Genau. Aber komischerweise auch, also... Eine Bienenkönigin brauche ich. Oh, nee. Eine brauchst du, ja, ja. Eine brauchst du. Was brauchtest du? Kohle? Nein, ne Bienen. Ach so, ja. Nee, ich habe gesagt, da könntest du nochmal gucken, dass du nochmal welches holst. Die linke, da habe ich den 1000 aus der Krain gemacht. Aber die rechte, da ist ganz wenig, noch 200. Da hast du irgendwie nie was Neues aufgefüllt, habe ich so das Gefühl. Immer. Ich immer. Ja, oder halt immer nur durchlaufen lassen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe wieder nur eine Arbeitsbiene, das ist doch nicht wahr. Was ist das jetzt? Ich würde sagen... Oh, aber es sieht so geil aus, ne? Wenn man sich das anguckt, sieht es so geil aus irgendwie. Was denn? Ja, hier oben mit der Sonne. Boah, ey, endlich. Was? Wer züchtet denn Bienen in seinem Haus? Das ist doch gar nicht im Haus. Sag mal, du verstehst gar nicht. Ich muss da gleich mal Wände reinmachen. Also ich muss sowieso gucken, das kann ich euch auch schon mal sagen. Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich werde gucken, dass ich zwischendurch auch nochmal auf den Server gehe und wirklich einfach nur Material farme. Sodass wir auch wirklich genug haben, dass wir hier das Haus mal ein bisschen zu Ende bauen können und so. Und auch für die Wände, ich habe jetzt natürlich wieder keinen Stein, doch ein bisschen Stein habe ich noch, aber nicht viel. Also da nicht wundern, wenn plötzlich das Haus irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Ich zeige euch dann, wie das aussieht. Also was sich verändert hat. Aber das nehme ich natürlich nicht alles auf, ne? Wenn ich die ganze Zeit nur Stein am Hacken bin oder hier am Holzfäller bin, das ist ja dämlich. Das ist ja langweilig. Äh, Bienenkönigin platzieren. Bienenkönigin, wo ist die hin? Da. Ich habe die Bienenkönigin für Honig getötet. Was? Mit Honig getötet oder was? Nein, für Honig getötet. Achso. Brauerei wissen. Brauerei. Brauerei, wo ist denn Brauerei? Ja, weil das würde ich schon gerne noch irgendein, zumindest zu Ende machen, weil ich weiß, wir haben jetzt sehr spät. Nein, ich brauche noch vier Stufen. Ja, lass es doch sein, das läuft doch nicht weg, Mann. Mann. Ähm. Nein, wir haben alles an Leder verballert. Och Mann. So? Äh, nee, das... Doch, es ist alles weg. Ich brauche nur verstärktes Leder. Was kriegst du eigentlich in meine Kisten rein? Ich meine, von dem Fell ist alles weg. Ja, wie gesagt, Katzenfell und so habe ich noch welche in der Kiste, wenn du die umwandeln willst. Ich brauche aber von den anderen welche. Ja, weiß ich ja nicht. Du redest ja nicht mit mir, du meckerst ja nur. Ja, weil ich einfach zu müde bin jetzt schon. Oh Mann, oh mein Gott. Hier haut brauche ich 26, da gehen die anderen eben nicht für. Hallo? Ich will das nicht hier unten haben, ich will das hier unten drauf haben. Ey, ich hatte so viel Tierhaut und jetzt habe ich gar keine mehr. Ja, die habe ich aber alle da in die Gerberei reingelegt. Falls wir die brauchen. Ach, das ist gar kein... Ach, das ist nur der Zaun. Besser sieht er nicht aus. Na gut. Okay, machen wir denn so. 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 Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Guckst dir nochmal an. Es war mir schon klar, dass das so eine Art Durchgang ist und so irgendwie komisch. Das hast du ja irgendwie nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden. Ach, ich muss noch mein Konenschwert machen. Moment. Brauche ich denn noch viel? Nein, das machst du jetzt nicht. Ach nee, das muss ich aber erst freischalten. Warte mal. Ja, wenn das lange dauert, dann könnte ich das ja... Hast du jetzt doch Leder für mich? Äh, Fell für mich. Ja, wie gesagt, guck mal in der Kiste, wo die Barren dazu drin sind. Da habe ich noch Katzenfell und so. Das kannst du doch umwandeln. Keine Ahnung, wo die Barren sind. Wo sind die? Da hinten. Ja, die Thunen habe ich noch nicht umgestellt. Ach, sei es. Ich habe es. Ja, okay, so gut. Oder habe ich das schon doch noch freigeschaltet? Oder mal. Weil du jetzt mal... Ach so. Brauchst du dir das gebogene Holz hier oder kann ich mir mal eben ein Konenschwert damit herstellen? Nee, mach doch. Das habe ich extra da reingelegt, dass man das da nutzen kann. Ja, jetzt auf einmal macht der hier einen auf großen Wohltäter, ne? Habt ihr gehört? Na, nutzt er. Ähm. So, pass auf. Ich finde, das sieht hier schön aus. So richtig gemütlich. Ich finde das toll. Also es fängt schon an, richtig gut zu werden. So. Ähm. Wobei... Machen wir die Löcher oben? Ja, ich denke mal, das machen wir auch, ne? Wenn du das schon so... Oder machen wir das oben zu und nur hier im Schlafzimmer, die zweite Reihe oben. Machen wir da nur Wände oder machen wir da auch die Löcher, wie das jetzt hier schon ist? Man kann das auch zumachen, komplett oben. Ja, ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Ja, du siehst ja, du kannst ja eh oben nicht rausgucken. Es sei denn, wir machen hier irgendwas, um da hoch zu gehen. Ja, das wäre ja Blödsinn. Also soll ich lieber oben zumachen? Genau. So, ja? Ja? Ja. Ich muss das alles mit dir abklären, weil du kennst das doch. Ich habe doch kein eigenes Mitspracherecht. Das sagt die Richtige gerade, die ich sonst immer alles hier selber mache und keinem was erzählt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Laberbock. Ey, die Bienen, die summen hier um mich rum. Mach die weg. Ja, das finde ich schrecklich. Ey, wenn ich das Geräusch die ganze Zeit höre. Das finde ich wirklich schrecklich. Aber, äh, sonst finde ich es ganz cool so. So, pass auf. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn? Da sind schon 17 Honig drin. Also, ich baue jetzt nochmal so ein bisschen offline hier um, weil ich denke mal, das ist einfacher, wenn ihr das Ganze dann am Ende sieht, wie das Ganze aussieht. Und, brauchen wir da irgendwo eine Kiste? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Also, nicht der Epi und ich, sondern mit der Folge. Und, jetzt weiß ich, wo ich die Kiste hinstelle, aber die ist jetzt komplett verdreht, glaube ich, oder? Ja, ja, die ist, die muss so rum. Okay. Ähm, ja. Ja, also, ich verzweifle hier noch ein bisschen. Ich farm dann auch noch ein bisschen, aber nicht mal heute, sondern morgen. Und, ich würde mal einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ja. Ich wollte schon sagen, der Epi ist zu müde, um noch Tschüss zu sagen. Ja, ich bin irgendwie gerade schon weggetreten, mehr oder weniger. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.